Da ist eine Truhe. Vielleicht ist man hier bei dem irgendwo. Ich habe hier einen Schlüssel in den Raum rum. Sind das volle? Sind das leere? Warte mal, jetzt habe ich einen und jetzt, wenn ich noch eins nehme, habe ich zwei. Ich schwang mich sofort, ne, wenn ich einen trinke. Anzüge, hm, Söldneranzug. Ich nehme mal den Söldneranzug. Guck mal, was denn der auch so viele Werte hat. Was habe ich dir jetzt? Oh, Lidanzug. Ich glaube, der ist immer noch besser, ne, obwohl der schon ein bisschen runtergefossen ist. Nein. Ne, der ist besser. Hä? Der ist besser. Okay. Dann würde ich den hier einfach da lassen. Was soll ich den noch verkaufen? Ich bin voll, ne, ich muss den da noch. Kann ich nicht tragen. Da, ich bin hier ein Kumpel. Okay. Das ist glücklich. Was soll ich jetzt? Und da, ich sehe ihn. Okay, das liegt also auf dem Grund. Ich sehe ihn vor, dass ich, dass es noch damals auf dem Grund geht. Das ist also ein Kumpel-Kumpel zu denken. Warum? Ich sehe ihn nicht mehr. Ich sehe ihn nicht. ja dann gab es leider keinen schlüssel ja ich habe jetzt 54 ich denke mal nicht mehr jetzt ich müsste ich zurücklaufen ich muss das eigentlich alles loswerden es muss ich den ausgang hier Da kommst du hier? Was kann ich denn da lassen? Und hier nicht? Hm, tja, ich wollte es nicht. Hey! Hey! Ich habe da vorne ja eine Truhe, den werde ich jetzt erstmal alles einlagern. Ich bin da, hast du was mitnehmen? Ich bin da vorne. Ich bin da vorne, ich bin da vorne. Hey! Ah! Oh! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Du Jetzt kann ich wieder ein bisschen tragen Oh, ich schon wieder? Ich spiele mal vorhin. Okay, jetzt haben wir noch hier ein paar Schätzchen und dann noch die großen. Ich trage erstmal alles zusammen. Ja, ich meine, das hätte ich ja schon gehabt, aber ich glaube, ich habe noch nicht alles rausgenommen. Nicht so gut. Ich gehe da nicht. Ich gehe da nicht, ich gehe da nicht. Die Schätzchen wird, woher muss ich? Ich gehe jetzt hier, wenn ich da nicht mache, wenn ich dann gehe. Ich ganz klar! Hier noch mehr von euch. Jetzt. Oh, was denn? Mehr von denen. Das ist diese kleine Rappen. Oder was geht es dann? Ja, ne? Das hat so es hier los. Das ist die kleine Rappen. 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 Die kleine Rappen. Das ist die kleine Rappen. Das ist dann auch die Rappen. Ich muss noch nicht. Ich muss noch hin. So. Ich hoffe, ich komme jetzt hier irgendwie hin. Hier vorne war ja noch ein Anzug, ne? Der wird mir auch einen Schatz angezeigt, oder? Ne, doch nicht. Wer steckt, der Rucksack? Also entweder das ist hier im Gebäude, oder es ist draußen. Warte mal. So. 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 Geheim versteckt im Stromraum. Und hier unten? Nee, die Kiste überhaupt nicht. Ich bin da im Strom, oder? Ich bin erschrocken, ey. Wo kommt der denn her? Gechillt in der Ecke. Wo soll denn hier ein Stromraum sein? We did it. Nee, du versteckst ihn ja. Wo ist das weiter drinnen? Ein Stromraum, hier ist doch kein Strom. Wo ist das? 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 Da hab ich ja schon mal gefunden, da war nichts drin, ne? Da ist jetzt aber auch nur Munition, die würde ich... Ich bin jetzt so, ich wechsle mich auf andere Munition, auf andere Munition, ne? Wer hat eigentlich stehen dran? Ich bin gut, ich würde die hier mitnehmen. Was würde ich denn wieder rein? Brauch ich denn? Nö, brauche ich nicht, lass mal. So, dann sehen wir das. Und jetzt noch was da unten und da oben. Du? ? Da haben wir es noch alles gemacht. Das war's für heute. Ja, das lass ich auch da. Ich glaube, das hatte ich sogar schon mal gefunden. Okay. Jetzt wird noch froh, ne? Lager im Eisenbahnverbot. Aber jetzt hier eigentlich... Das ist jetzt die Schlachterbrücke, oder nicht? Nee, die Schlachterbrücke, weiß ich auch noch sowas. Wie ist denn hier? Wo ist denn es da auch? Und da gibt es eine tolle Waffeverkommung. Äh, wo ist der? Wo ist das? Ja, ja. Der ist nur gepresst, ne? Der kann ich auch liegen lassen. Oh je, hier ist aber viel los. Der ist nur gepresst, ne? Der ist nur gepresst, ne? Boah, so. Ich finde die dann immer noch besser, ne? Schade. Und die genau ich... Ne, die ist eigentlich nicht ganz schlechter. Was nehme ich denn hier mit? Munition hätten wir hier noch. Die Munition ist da noch drin. Mit zwei Midi-Packs nehme ich mit. Ansonsten kann halt eigentlich alles drin bleiben. Die eine Ford M12 MK2. Da habe ich auch eine bessere Waffe. Ja, ne? Bleibt drinnen. Oh nicht. Okay. Dann hätten wir die Schätze abgeklappern. Sag mal, habe ich nicht... Das habe ich doch schon geholt, oder nicht? Einversteckt im Baumschlumpf. Das ist ein Unterschied. Dann gehe ich jetzt mal hier drinnen. Hier ist noch was. Ja, wir stecken in einem Baumschlumpf und hier in einem Baumschlumpf. Das ist ein Unterschied. Dann gehe ich jetzt zuerst hin, wahrscheinlich hier. Okay. Dann mach dich mal auf den Weg. So, kann ich das schon mal wieder wegladen? Hier. Na ja. Ich habe nur noch ganz viel Schlumpf, ne? Dann lage ich schon mal wieder rein. Hier, was ich kromme. Schau mal. Da, schau mal. Ja, schau mal. Nicht drinnen. Ähm. Das brauchen wir nicht. Das Schleim brauchen wir auch nicht. Das habe ich, glaube ich, in der Ausgustbe. Weiß nicht. Aber halt mal. Ähm. Dann haben wir jetzt hier so Kühlschlumpf. So. So, mal gucken. Den Stalkern, so, komme ich hier auf den. Mal ausprobieren, ne? Ich weiß da ja besser. also hier haben wir ja ich glaube den nehme ich habe ich auch nacht nicht dann werde ich den hier einlagern erst mal da kann ich doch nicht alles wegschleppen muss ich aber ich habe keinen bock dass das hier alles drin ich werde wieder ins dunkle tal kommen wenn ich das hier alles fertig habe ich alles rüber zu den wächtern in die tun am eingang zu mir muss ich halt ein paar mal hin und herlaufen ja ok rest alt ist erstmal die muss auch wer wird das doch nicht wie irgendwas zusammen und hier soll irgendwas in einem baum ein 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020